Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal das Newton-Verfahren angucken. Das ist ja ein numerisches Verfahren, eigentlich um Nullstellen von n-dimensionalen Funktionen zu bestimmen, beziehungsweise zu approximieren. Also ein Computer kann die ja nicht immer ausrechnen, beziehungsweise die sind auch nicht immer endlich. Und man kann damit dann über den Trick, dass man eben Umformungen gescheit macht, auch Zahlen berechnen, die zum Beispiel unendlich lang sind, beziehungsweise einfach die zu approximieren, die einfach nicht berechenbar sind. Sowas wie zum Beispiel Wurzel 2, das ist ja 1,414... und so weiter. Und eine Anlehrung daran kann man eben machen, indem man gescheite Funktionen wählt, die eben diese endlosen Zahlen als Nullstelle haben. Also zum Beispiel die Funktion x² plus 2 gleich 0 hat ja eben die Nullstelle x1 gleich plus, also x1 gleich plus minus Wurzel 2. Dann kann man damit eben an die Nullstelle sich herannähern. Genau, das heißt, wir wollen dieses Verfahren einmal genauer angucken, wie das funktioniert, wofür das funktioniert und mal eine Beispielaufgabe rechnen. Die genaue Herleitung dazu, wie gesagt, ist ein bisschen aufwendiger, vor allem auch in welchem Konvergenzbereich das Ganze funktioniert. Dementsprechend würde ich auch da nochmal sagen, wenn eine genaue Erklärung gefordert ist, also auch Konvergenzbereich, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich denke, zumindest bei uns war es so, es ging darum, das rechnen zu können. Und nicht mal eine March hergeleitet zu haben, aber ist uns auch gerne möglich. Gut, das Newton-Verfahren ist ein Verfahren zur numerischen Approximation von Nullstellen, haben wir gesagt, und kann zum Beispiel zur Approximation von nichtendlichen Zahlen, wie die Wurzel 2, genutzt werden. Ein Ansatz dafür, den wollen wir einmal aufschreiben, ist, indem man sich mal eine Funktion vor Augen führt. Und zwar, wieso funktioniert das und wie funktioniert das? Angenommen, ich habe eine Funktion, diese schwarze hier, die heißt f von x. Ja, die verläuft, ich mal jetzt nochmal hier nach, ungefähr hier so nach oben und so weiter und so fort. Und wenn wir diese Funktion haben, dann kann ich mir irgendeinen Startpunkt auswählen und versuchen, von diesem Startpunkt hin zur Nullstelle mich zu nähern. Und das macht man, indem man einen Startpunkt x0 wählt, an irgendeiner beliebigen Stelle, den kann man schätzen. Der ist, also der Algorithmus funktioniert umso besser, desto näher unser x0 an der tatsächlichen Nullstelle x-Stern ist, die wir jetzt hier sehen. Ja, bedeutet, man sollte versuchen, seine Nullstelle so gut wie möglich abzuschätzen. Ist aber auch relativ einfach, also wenn ich zum Beispiel die Funktion x²-2 sehe, ja, dann weiß ich schon, okay, die Nullstelle ist im Endeffekt x gleich Wurzel 2 und Wurzel 2 ist kleiner als 2 und Wurzel 2 ist aber auch größer als 1, also kann ich zum Beispiel 2 oder 1 als Startwert nutzen. Also kann man relativ gut abschätzen, das zu der Sache, ja. Wenn man dann einen Startwert abgeschätzt hat, dann kann man jetzt sicher denken, okay, wie komme ich denn jetzt von diesem Startwert näher an die Nullstelle? Da trifft eben dieser Algorithmus, den ich hier in blau und grün angewendet habe, erst mal zeichne ich mir hoch, okay, wo liegt mein x hoch 0 an? Das liegt an der Stelle an, wo meine Funktion den Wert x, also f von x0 nimmt, so rum. Das heißt, ich kann mir auch einen Wert f von x0 bestimmen. Okay, jetzt sehe ich aber, wenn ich hier eine Tangente reinlege, also einen Punkt, der nur an einer einzigen Stelle schneidet, dann hat die genau diesen Verlauf dieser blauen Kurve hier. Und diese Tangent, die anliegt, die ist quasi so ausgelegt, dass deren Nullstelle noch weiter an dem x-Stern liegt, ja. Wir sehen also diese Nullstelle hier von unserer Tangente, die ist ein Stück weit näher herangerutscht an unser x-Stern. Okay, bedeutet im Endeffekt, dass die Ableitung unserer Funktion an der Stelle f, an der Stelle x0, das ist ja quasi f' an der Stelle x0, und diese Ableitung hat genau die Steigung, also ist ja quasi die Steigung, f' von x0, ja. Das heißt, f' von x0 ist gleich im Endeffekt unsere x0, äh, Entschuldigung, unser Wert f von x0 minus die Höhe 0, geteilt durch die Länge dieser Steigung, also x0 minus x1, ja. Also wir gehen es nochmal durch. Wir sehen hier im Endeffekt, diese Funktion, ich kann sie mal gerade erweitert zeichnen hier, die hat ja nichts anderes als die Steigung Höhe auf Breite, ja. Und die Höhe, die wir hier zurücklegen, diese Höhe, ist nichts anderes als f von x0 minus 0, ja, weil hier unten haben wir ja 0, geteilt durch die Breite, und die Breite, die wir zurücklegen, ist nichts anderes als x0 minus x1, ja. Ich entferne es nochmal, sonst ist das alles sehr unübersichtlich. Aber das ist nichts anderes als was ich hier geschrieben habe. Unsere Ableitung, die wir hier sehen, ist nichts anderes als unser Wert an der oberen Stelle minus unser Wert an der unteren Stelle, der zufälligerweise oder glücklicherweise, weil wir die Nullstelle suchen, immer gleich 0 ist, geteilt durch x1 minus x0, ja. Entschuldigung, hier habe ich einen Fehler gemacht, x0 minus x1 natürlich. An der Stelle muss x0 minus x1 sein. Und analog muss hier unten auch x1 minus x2 sein. Das können wir nämlich jetzt mal überlegen. Wir haben jetzt also im Endeffekt die Nullstelle gefunden. Das ist dieser Wert x1 an der Stelle, also der nächste Wert. Den haben wir ja quasi gefunden, indem wir die Steigung kennen, indem wir unsere Funktion kennen. Die 0 kennen wir, unseren Startwert haben wir geschätzt. Wir können also damit im Endeffekt unser x1 ausrechnen und wissen, okay, x1 liegt schon mal hier an dieser Stelle näher an unserer Nullstelle dran. Gut, jetzt können wir ja das Gleiche mit x1 wieder machen. Wir nehmen jetzt also im Endeffekt unseren Funktionswert an der Stelle x1 und wir wissen wieder, dass die Ableitung, also hier in dem Fall die grüne Kurve, an der Stelle f von x1, ist also hier das grüne, also ich nehme meinen grünen am besten auch, ist also hier diese grüne Gerade, ist gleich diese Funktion hier. Die ist wieder genau das Gleiche, Höhe geteilt durch Breite. Die Höhe ist also unser Wert f von x1, das ist also was hier steht, minus unser Wert hier unten, das ist ja die Null, geteilt durch der Abstand, das ist also im Endeffekt x1 minus x2. Also dieser Abstand hier, dieser hier ist x1 minus x2. So, wunderbar. Das heißt, auch hier haben wir schon wieder herausgefunden, das ist ja genau die gleiche Form wie hier oben, nur einen Schritt weiter. Und dann kann man das zu einem allgemeinen Algorithmus verfassen, auch hier muss ich leider wieder die Vorzeichen drehen, da habe ich mich beim Anfang verschrieben. Und zwar, dass wir im Endeffekt sehen, dass die Ableitung, also f' von x hoch n, also im Endenschritt, ist nichts anderes, als der Wert im Endenschritt minus 0 geteilt durch unser x-Wert im Endenschritt minus der x-Wert im Endplus-Eintenschritt, also einen Schritt weiter. Und wenn ich das geschickt umformuliere, also einfach hoch multipliziere, diesen Teil hier hoch multipliziere, und dann nach x hoch n plus 1 umformuliere, dann komme ich glücklicherweise auf eine allgemeine Formel für einen Wert x hoch n plus 1, also quasi den Wert, der im nächsten Schritt kommt. Und wir wissen, mit jedem Schritt nähern wir uns unserer Nullstelle. Und wenn das mal so gesagt ist, im richtigen Konvergenzbereich, das ist wieder eine Herleitung, wie gesagt, wenn ihr das so wollt, dann kann ich das auch mal aufführen, aber hier geht es jetzt erstmal um die Rechnung, kann man sogar nachweisen, dass diese Schrittweite und diese Schrittweite immer quadratisch kleiner wird. Das heißt, wenn wir hier nur noch 0,1 entfernt sind, sind wir hier nur noch 0,01 entfernt und so weiter. Also es wächst tatsächlich mindestens quadratisch. Das wäre jetzt allerdings, was wir sagen wollen, unser eindimensionales Newton-Verfahren, denn unsere Funktion, die wir hier haben, klar, die ist quasi eine eindimensionale Funktion, hängt nur von der Variable x ab. Wir könnten aber ja auch eine Funktion haben, die von drei Variablen x1, x2, x3 oder so abhängt. Auch dafür können wir das Newton-Verfahren definieren. Kurz vorab, was ich sagen wollte, wenn man x hoch k hat, also das x zum Beispiel hier, x hoch 2 im zweiten Schritt oder x hoch k im Karten-Schritt, dann sieht man, okay, wenn ich das k gegen unendlich laufen lasse, also immer mehr, immer mehr, immer mehr Schritte, dann wird hier x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5, irgendwann wird das x nur noch, also im Unendlichen quasi, auf unserer Nullstelle liegen. Bedeutet, dieser Algorithmus konvergiert tatsächlich gegen die Nullstelle. Im n-dimensionalen Fall, auch hier möchte ich keine Herleitung mathematisch vornehmen, sondern einfach, die geht tatsächlich sogar identisch, aber einfach die Herleitung aus dem 1D-Fall mal implementieren für den N-D-Fall. Da haben wir nämlich das Gleiche. Wir haben auch hier wieder der Vektor, also der Nullstellenvektor. Eine Nullstelle ist ja jetzt hier ein Vektor im n-dimensionalen. Im n-dimensionalen haben wir also x hoch n plus 1, also im nächsten Schritt angenähert an die Nullstelle ist der alte Schritt angenähert an die Nullstelle, also x hoch n minus die Funktion an der Stelle x n mal die inverse Ableitung an der Stelle x n. Und da müssen wir uns mal gerade gucken, warum ist das so? Ich denke klar, wenn wir den 1D-Fall nehmen hier, dann sehen wir auch hier war ja x hoch n plus 1 ist gleich x hoch n minus f von x hoch n geteilt durch f' von x hoch n. Und 1, also was wir hier sehen im Endeffekt, dieser Teil hier, den wir hier sehen, das ist ja eine 1 durch die erste Ableitung an der Stelle x hoch n und in einem n-dimensionalen Fall kann man ja jetzt nicht durch die Ableitung teilen, weil wir müssen bedenken, diese Ableitung, die wir hier sehen, ist eine Matrix im n-dimensionalen Fall. Wir können aber nicht durch eine Matrix dividieren. Aber 1 durch eine Matrix ist definiert als die Inverse der Matrix. Bedeutet, wir machen einfach hier eine Inverse dieser Matrix, also mal hoch minus 1 und können uns somit relativ einfach unsere Matrix, äh, unser x im nächsten Schritt, also x hoch n, Entschuldigung, dieses hier berechnen. Ja, das zu dem Thema. Gut, dann lösche ich nochmal hier den 1D-Fall raus, der interessiert uns ja gerade nicht. Bedeutet, wir können also wieder mit einer gleichen Formel das Ganze berechnen. Was jetzt aber hier wichtig ist, wir sehen, hier müssen wir in diesem Teil eine Ableitung berechnen. Das ist nicht so schwierig, ja, ableiten können wir, denke ich. Dann neben der Ableitung dummerweise auch noch einen Punkt einsetzen, geht aber auch noch. Das ist einfach nur x und y in irgendwelche Funktionen von x und y einsetzen. Und dann invertieren. Und invertieren ist numerisch immer ganz blöd. Also das möchte man eigentlich nicht. Bedeutet, wenn wir nicht invertieren wollen, dann müssen wir das irgendwie aufteilen in zwei Schritte. Und das geht ganz einfach, indem wir einfach mal hier dieses x hoch n rüberziehen. Das heißt, wir haben x hoch n plus 1 minus x hoch n. Ich lasse jetzt mal die Vektorpfeile weg. Und dann multiplizieren wir unser f' rüber. Das heißt, von der rechten Seite machen wir f' von x hoch n. Und das ist dann nichts anderes als minus f von x hoch n. Das können wir aber auch andersrum multiplizieren, also quasi mit einem Vektor multiplizieren, der unbekannt ist auf der rechten Seite. Deswegen jetzt gleich nicht wundern, wenn er auf der anderen Seite steht. Aber wir können das also quasi durch gescheite Multiplikation in zwei Schritte aufteilen, indem wir also quasi unsere Ableitung multiplizieren mit einem unbekannten Vektor, ist gleich x hoch n. Und dann eben x hoch n plus 1 ist im Endeffekt nichts anderes als x hoch n plus y hoch n. Denn unser x hoch n, also zum Beispiel im 0. Schritt kennen wir unsere Ableitung an der Stelle im 0. Schritt kennen wir auch, können uns also damit über Lösung eines Gleichungssystems, zum Beispiel über LR-Zerlegung oder Czleski-Zerlegung, das y n ausrechnen und von dem y n dann eben aus der Summation y n plus x n, wobei n eben bekannt ist, wie zum Beispiel x 0, unser neues x 1 bzw. x hoch n plus 1 berechnen. Also im Endeffekt über zwei Schritte. Das hier auch in Ordnung, numerisch aber sehr schwer. Das hier unten ist genau das Gleiche, nur numerisch leichter mit zwei Schritten. Oder numerisch besser möglich. Jetzt wollen wir uns das Ganze aber mal anschauen. Genug geredet. Wir wollen ein Beispiel dazu rechnen, also Newton-Verfahren für die Funktion f von x gleich x² minus 2. Übrigens nicht wundern, dass hier ein großes f steht. Das hat sich eingebürgert beim Newton-Verfahren. Das ist jetzt keine Stammfunktion oder so, sondern unsere Funktion heißt einfach groß f von x gleich x² minus 2. Gut, und wir wollen jetzt quasi unsere Nullstelle ausrechnen. f von x Stern ist gleich x Stern² minus 2 und das ist gleich 0. Also im Endeffekt x Stern ist gleich plus minus Wurzel 2. Ja, das können wir jetzt nicht ausrechnen, also wir wissen jetzt keine Zahl, was genau Wurzel 2 ist. Kann man ja nicht schätzen bei einer Wurzel, also kann man nicht einfach aus dem Bauch raus sagen, wenn einem der Taschenrechner das nicht sagt. Deswegen können wir es uns aber berechnen. Wir sagen einfach Startwert x0 ist gleich 2 und dann können wir den Algorithmus anwenden. Denn x hoch 1 ist, oder x1, das ist ja kein Hoch, das ist x im ersten Schritt, das ist x im Nullten Schritt, minus f' von x im Nullten Schritt, oh, Entschuldigung, minus f von x im Nullten Schritt geteilt durch f' von x im Nullten Schritt. Ja, das ist also nichts anderes als x hoch Null minus, und dann f von x hoch Null ist ja x Null Quadrat minus 2 und die Ableitung davon von dieser Funktion hier ist 2x minus nix, weil das fällt weg beim Ableiten, also durch 2x Null. Und damit können wir im Endeffekt das Ganze aufschreiben, das ist also x Null minus x Null Quadrat minus 2 geteilt durch 2x Null Quadrat, x Null war aber genau 2 minus 4 minus 2 geteilt durch 2 mal 2, das ist also 2 minus und dann eben 2 Viertel, das ist 1 Halb, somit ist das 3 Halbe. Also schon mal 1,5 und wir sehen, okay, x1 ist 1,5, x Null war gleich 2. Wir wissen jetzt mal, wenn wir es in den Taschenrechner eingeben würden, unsere Ableitung ist gleich Wurzel 2, das ist 1,414... Wir sind also schon ein deutlich näheres Stück an die x Sterne, also an unsere Nullstelle herangekommen, mit nur einem einzigen Schritt im Newton-Verfahren. Also wir sagen jetzt schon, 1,5 ist ungefähr Wurzel 2. Jetzt können wir noch einen zweiten Schritt machen, das wäre dann also x hoch 1 minus, x1, Entschuldigung, f von x1 geteilt durch f' von x1, das ist wieder nichts anderes als x1 minus x1 Quadrat minus 2 geteilt durch 2x1. Und dann können wir das auch wieder einsetzen, x1 war 3 Halbe minus 3 Halbe zum Quadrat minus 2, Entschuldigung, geteilt durch 2 mal 3 Halbe. Und wenn wir jetzt quasi das ausrechnen, also man kann das jetzt entweder über Brüche, indem wir also quasi die Brüche ausmultiplizieren, man kann das aber jetzt an der Stelle, weiß ich nicht, wie es bei euch eine Klausur ist, aber auch theoretisch in den Taschenrechner tippen, kann man hier aber auch noch relativ einfach ausrechnen. Ich habe es mal ausgerechnet, das waren 17 Zwölftel und 17 Zwölftel ist 1,41666 und so weiter, also 6 Periode. Und wir sehen, das ist ja schon fast 1,414, also gerade mal 2 Newton-Schritte und wir haben schon die Wurzel 2 sehr, sehr, sehr gut, also bis auf 2 Nachkommastellen approximiert, was schon wirklich verdammt gut ist. Und da kommt jetzt eben dieses Newton-Verfahren zum Spiel. Mit jedem weiteren Schritt, den wir machen, haben wir quadratisch mehr Nachkommastellen richtig. Also hier sind schon 2 Nachkommastellen richtig, also 2 Nachkommastellen. Im nächsten Schritt, das Quadratische sind es schon 4 Nachkommastellen, im Schritt danach mindestens 8 Nachkommastellen. Ja, das heißt, wir können wirklich sehr schnell, sehr genau eine Wurzel zum Beispiel berechnen oder Pi berechnen oder E berechnen oder ähnliches. Ja, das geht also wirklich sehr einfach. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Funktion lnx gleich f von x anschaue, dann weiß ich, Entschuldigung, lnx minus 1 gleich f von x anschaue, dann weiß ich, okay, die Nullstelle davon, müsste ich das ja 0 setzen, ln von x ist gleich 1 und das ist genau bei E erfüllt. So könnte ich mir zum Beispiel die E, also die Zahl E, die ja auch endlos ist, 2,7 irgendwas, sehr gut approximieren. Das bedeutet, über dieses Verfahren kann ich sehr gut Werte approximieren, kann aber auch einfach nur Nullstellen von Funktionen leicht ausrechnen und kann mir also über, da haben wir mal 5, 6, 7 Schritte, sehr viele Nachkommastellen genau meine Funktion angeben. Jetzt nochmal kurz einen Einwurf, warum das ganze Verfahren kritisch ist an manchen Stellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Funktion habe, die nicht wie eben verläuft, sondern die wie hier verläuft, ja, also nicht so einfach wie eben gezeichnet und hier ist ja meine Nullstelle x-Stern und ich beginne zu weit weg, also ich muss immer meinen Startwert relativ nah dran haben, dann funktioniert es, aber wenn ich zu weit weg beginne, also hier zum Beispiel, dann ist ja meine Funktion hier und meine Ableitung landet hier und mein Schnittpunkt meiner Ableitung landet hier, dann gehe ich hier auf die Funktion drauf, wer weiß, wie die dann aussieht. Also ich konvergiere nicht in Richtung der Nullstelle, sondern zum Beispiel in die falsche Richtung. Deswegen kritisch, wir müssen auf jeden Fall, und da gibt es eben Abschätzungsformeln für den Newton, nah genug dran sein. Auch da gibt es rechnerisch Beweise, in denen man zeigen kann, man ist nah genug dran. Ich will die jetzt hier nicht aufführen, das würde den Rahmen des Videos sprengen, aber daran denken, dass man sowas auch nachweisen können muss oder sollte, weil sonst findet man eben nicht die Nullstelle, hat keine Nullstelle garantiert, was eben sehr kritisch sein kann. Gut, falls es dazu Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Ansonsten immer daran denken, wie dieser Algorithmus funktioniert, mit der Tangente, die man hier quasi einträgt, kann man sich das ganz gut herleiten. Und falls es Fragen gibt, wie gesagt, dann beantworte ich die gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich für das Zuschauen.